Hallo mein lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon... Pokémon? Legend of Zelda Link to the Past. Ich hatte recht, die letzten beiden Herzteile sind auf dem Berg und die hätten wir, soweit ich weiß, jetzt auch beide noch bekommen können. Ne, eins hätten wir noch holen können. Ähm, aber... Da ich dumm bin, nicht. Wir müssen jetzt auf dem Symbol erstmal die Luftkacke machen. Und... Ja, es wird oft zu regnen und der Palast steigt aus dem Boden hervor. Äh, ja, das eine Herzteil ist, ähm... Ich weiß gar nicht, ob wir das damals schon versucht haben zu erreichen. Wenn man in der Lichtwelt... ...den Berg wieder verlassen will... ...dann... Ja, kann man da irgendwo lang gehen. Irgendwie... Ich war nur der Meinung, dass wir da kein Herzteil gefunden haben. Hm... Egal, also irgendwie da. So. Oh, ich muss jetzt all diese Fuckfiecher hier besiegen, ne? Ohne Scheiß. Ja. Danke. So, okay. Der sechste Palast. Er ist... ...anstrengend. ...Eth Fuck. Ohne Scheiß. Anstrengend, eh Fuck. Das ist so ein ätzender Dungeon. Ich glaube, das ist mein Hass-Dungeon in diesem Spiel. Kann ich hier nicht irgendwo durch? Ne. Wow. Aber wie ich gerade Ass gesagt habe. Äth. Äh... Wow, okay. Das war Fail. Dieser Dungeon verwirrt mich immer mega. Ohne Witz. Ich... So, aber ich glaube, wir können... ...zack, hier lang. Und hier hoch sprinten. Wir sind bei der großen Truhe, aber wir haben noch keinen großen Schlüssel. Also bringt es uns gerade herzlich wenig. Scheiße. Okay. Das hat sich erledigt. Da müssen wir zuletzt hin. Also, kurz zuletzt. Fast zuletzt. Was auch immer. Würde ich sagen, müssen wir erstmal hier lang gehen. Hm, 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 hm. Dum, dum. Das Viech soll verschwinden. Das verwandelt uns nämlich übrigens in einen Hasen wieder. Und ist... Äh, ja. Das ist ziemlich gemein. Ich will nicht wieder in einen Hasen verwandelt werden. Zack, zack. Haben wir. Aua. Mein Magen knurrt mega. Ich sollte erstmal was essen, bevor ich gleich wieder aufnehme. Scheiße, die waren dann. Aua. Verdammt. Seit wann legen die denn Bomben? Geh weg. Ich hätte sie ja gar nicht besiegen müssen. Fällt mir gerade so auf. Ach, Mann. Okay. Hier müssen wir auch nicht lang. Oh, ich hasse diesen Dungeon. Habe ich das schon mal erwähnt? Ja. Eben gerade. Ganz am Anfang. Oh. Es ist so ein nerviger Dungeon. Ich komme bei diesem Dungeon selten klar, ey. Geh weg. So. Hier ist genau ein Schlüssel. Zack. Zack. Ich will den Schalter drücken. Denn ich glaube, da bekommen wir irgendwas für. Noch einen Schlüssel. Okay. Erstmal hier hochgehen. Was ist hier? Ähm. Gehen wir erstmal... Nein. Gehen wir erstmal unten lang. Unten macht, glaube ich, bei dem Dungeon immer am meisten Sinn. Oder auch nicht. Vielleicht? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Ha. Oh. Dein Ernst? Noch so ein Fuckfeet. Ich will nicht. 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 Okay. Unten war doch nicht richtig. Also doch erst oben lang gehen. Okay. Wenn uns das hier überhaupt irgendwas bringt. Ich bin mir nicht sicher. Ja doch. Klar. Genau. Es führt uns nämlich jetzt diesen Weg. Irgendwo da muss noch ein Weg sein. Ähm. Okay. Ich meine, das verwirrt mich gerade so. Aua. Ein bisschen. Schalter drücken. Schlüssel mitnehmen. Cool. So, dann können wir jetzt hier unten lang gehen. Das machen wir auch. Oh Mann. Ey. Ich will. Geh weg. Oh. Ich hasse diese Viecher. Ja. Geil. Zack. Ich will. Das besiegen. Aua. Oh Mann. Ist okay. Hä? Die schießen mich jetzt auch wieder ab. Genau. Macht ja Sinn. Ist ja klar. Okay. Moment. Zack. Ah. Schön. Ich will hier bitte rein. Da ist Boss Key nötig. Okay. Ich hause ja diese Fuckwicher. Uhu. Ich wurde nicht getroffen. Lol. Zack. Okay. Den Boss Key. Den haben wir aber noch nicht. Das ist... Oh Gott. Fettes Viech. Okay. Was ist hier? Bomben. Okay. Ich bin sowas von verwirrt und abgefuckt gerade in diesem Dungeon. Das ist unglaublich. Beides geht nicht. Okay. Okay. Jetzt sind wir hier. Hier können wir einen Schlüssel. Okay. Das bringt mich schon mal ein bisschen was. Aua. Zack. Zack. Oh Gott. Zack. Wir haben keinen Schlüssel mehr. Okay. Das heißt wir müssen... Schlüssel. Okay. Es geht trotzdem erstmal hier unten lang. Alter. Da ist dieser Dungeon für einen Arsch abgefuckt. Äh. Aua. Aua. Was ist hier? Pfeile. Au. Au. Mann. Gut, dass wir Feen haben. Ohne... Kann ich mich da rüber ziehen? Nein. Ich glaube, das ist der Boss Key. Möglicherweise. Ich weiß es nicht. Ich bin immer noch total verwirrt von diesem Dungeon. Das ist unglaublich. Ich sag ja. Das ist der schlimmste Dungeon ever. Zack. 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 Ich will... Boah. Ich glaube, das bringt mir den Schlüssel, oder? Ah, den Kompass. Natürlich bringt es mir den Kompass. Ich komme da nicht wieder... Okay. Okay. Was ist hier? Ich will hier nicht sein. Nein. Warte. Ich glaube, unter diesem Dings da ist noch ein Schalter. Äh, ein Schlüssel. Ein Schalter. Mit der Karte. Nein, Schlüssel. Cool. Cool. Dauern können wir auch noch lang. Ich will aber... Erstmal, bitte... ...noch etwas... ...anderes machen. Denn wir können ja jetzt erstmal nochmal da runter gehen. Genau. So, dann sind wir hier. Was auch immer mir das bringt, hier zu sein. Ich will diese Viecher besiegen, ohne dass ich... Oh. Okay. Das Ding da regt mich nämlich gerade ein bisschen auf. Ich hab Angst vor diesem Viech. Zack. Okay. Und wir haben wieder Mana. Okay. Ich hab gehofft, dass wir eigentlich irgendwas kriegen, wenn wir da... Oh. Moment mal. Ach, das ist der Kack. Oh, nie. Geh weg. Geh weg. So, wir mussten nämlich hier gleich... ...alle Dings anmachen. Alle... Aua. Okay. Alle Lampen. So, ich will aber eigentlich das Dings da noch gleich besiegen, bitte. Danke. Scheiß Magier. Gleich haben wir den großen Schlüssel, Leute. Können wir das... Können wir... Nein, können wir nicht. Okay. Zack. Zack. Was? Zack. Okay. Sind an. Zack. Und, komm. Das ist doch... Danke. Ha, wir haben's geschafft. Okay. Wenn ihr euch fragt, wo sich was bewegt. Das ist im anderen Raum. Ich hätte da vielleicht vorher nochmal reingehen können. Aber, ja. Das ist hier rechts im Raum. Hier hat sich die Wand komplett nach rechts bewegt. Ne, nach oben bewegt. Genau. Vorher war hier nämlich nur... Das bisschen bis hier. Hier war die Wand. Dann war das Loch da. Wollen wir auch nicht. Oder? Okay. Ah, nee. Warte. Okay. Nein, das war doch nicht so. Es war bis... Hier. Oder so. Und das Loch hat sich jetzt freigew... Dings. Da müssen wir nämlich runterfallen. Was die auch ein bisschen besser kennzeichnen könnten. Und wir sind beim großen Schlüssel. Ha. Gut. Immerhin das haben wir. Und wir kommen wieder... Nach hier. Was ist hier oben? Okay, hier wollte ich eh nochmal zurück. Okay, gut. Okay, das... Ja. Wir können... Hier nicht rein. Ach, nee. Warte. Da ist das. Oh. Okay. Wo ist der Weg denn? Ich weiß nicht, von wo der Weg ist. Wir müssen da auf jeden Fall nochmal lang gehen. Wir waren hier unten auch noch nicht, ne? Stimmt. Ah. Okay. Das ist hier. Okay. Die Karte. Das ist gut. Würde ich mal sagen. Den Schlüssel konnten wir dann nutzen. Okay. Was auch immer das gebracht hat. Was auch immer das für einen Sinn hat. Ich bin verwirrt von diesem Dungeon. Diesem Palast. Ach, genau. Wir können... Ja, stimmt. Hier war ja noch der Weg. Das, damit wir hier lang können. Ah, hierhin wollte ich. Denn ich glaube, da oben ist noch ein Schlüssel. Ich glaube, hier oben... Hier bekommen wir noch einen Schlüssel. Ja, genau. Okay. Super. Duper. So, jetzt holen wir uns noch schnell das Dungeon-Item. Aus der großen Truhe. Und dann können wir... Schon zum Boss gehen, glaube ich. Also Richtung Boss. Ja, ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Ich hasse diesen Dungeon, ey. Ich hasse ihn so. Es ist so. Nee. Okay. Der siebte ist jetzt auch nicht unbedingt ganz ohne. Aber... Ich weiß nicht. Der siebte hat ein bisschen mehr Spaßfaktor für dich. Ich mag diesen Dungeon hier einfach so. Einfach nicht. Ich mag ihn nicht. Wir haben den Somaria-Stab. Damit können wir... Ähm... So eine kleine Klötzchen erschaffen. Oh Gott. Angst, 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 Angst. Ha. Ich wurde zum Glück nicht getroffen. Ähm... Ja, wir können so eine kleine Klötze erschaffen, die zum Beispiel... Dann für uns auf Schalter drücken. Oder sowas in der Art. Und das finde ich ganz gut. Ich glaube, den brauchen wir jetzt in dem Dungeon hier einmal. Hallo? Magie. Schön. Oder brauchen wir den hier überhaupt nochmal? Ich weiß es nicht genau. Ha. Egal. Oh Gott. Haben wir... Wir haben noch einen Schlüssel, aber ich will trotzdem nochmal gucken. Hier ist ein Schalter. Ja, genau. Zack. Damit öffnet sich diese Tür hier. Bringt uns das hier was? Hier müssen wir weiter. Ich will die Schlüsseltür öffnen. Bitte. Lass mich die Schlüsseltür öffnen. Zack. Yeah. Mit Rubinen. Ah, wow. Ist okay. War jetzt nicht so super viele Rubine, aber... Besser als Aua. Gar nichts. So. Raus schieben. Was mache ich denn? Was ist das? Warum habe ich den weggeschoben? Ich war nicht mehr in seiner Nähe. Okay. Zack. Das hier können wir hochheben. Ist hier... Nein. Hier war nichts unter. Okay. So. Okay. Dann ist hier nichts. Okay. 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 Zack. 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 Was ist hier denn alles? Hier ist nichts. Okay. Ich habe Angst. Aua. Natürlich werde ich getrunken. Zack. Zack. Müssen wir hier... Okay. Da ist ein Bombenplatz. Okay. Okay. Na. 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 Dim. 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 Hier sind Rubine. Okay. Ich hasse dieses... Scheiß hier. Diesen Scheiß hier. Ist hier irgendwas? Ich glaube wir müssen den Schalter nicht drücken. Oder müssen wir ihn drücken? Ich weiß es echt nicht. Ich habe keine Ahnung, Mann. Boah. Manchmal ist dieses Spiel echt gemein. Ich drücke ihn einfach mal. Ich weiß nicht, ob wir drücken mussten. Ich habe es einfach mal getan. Zur Not. Es war richtig. Okay. So. Dann müssen wir jetzt hier wieder eine Bombe legen. Und den Schalter da drin drücken. Wir haben noch keine Vieh aufgebraucht. Wundert mich ein bisschen. Ich hasse diesen Dungeon. Ich glaube, das ist doch der Dungeon, in dem ich wenn, dann meistens krepiere. Weil ich ihn einfach so kacke finde. Ach genau. Die kommen unendlich lange runter. Diese Viecher da. Zack. Müssen wir... Hier kann man sich zum Beispiel... Das habe ich gerne getan. Man konnte hier stehen bleiben. Dann immer... Ach nee. Mit dem Enterhaken. Diese Viecher besiegen. Und... Ja. So habe ich mir dann meistens immer kurz vorm Boss noch alles zusammengefarmt. Meine ganzen Herzen wieder zusammengefarmt. Aua. Oder auch nicht. Ah. Ein Drecksviech. Kommt das zu... Ja, es kommt zu mir. Natürlich. Äh. Ich will nicht. Okay. Gut. Wir haben kaum noch Leben. Aber davon haben wir vier Feen. Und wir müssen jetzt den Boss besiegen. Okay. Erstmal diese Augen hier. Genau. Gibt es einen einfacheren Weg? Ich habe keine Ahnung. Dass ich da nicht getroffen wurde. Das hat was mit Glück zu tun. Das hat richtig was mit Glück zu tun. Dass ich da getroffen wurde. War Pech. Okay. Jetzt kommt der hier raus. Und wir müssen ihn einfach nur... Wieder zurückkicken. So. Zack. 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 Das ist so ein einfacher Boss eigentlich, ne? Der Dungeon... Wow. Okay. Ähm. Ja, das war jetzt, ähm... Natürlich. Ist so ein einfacher Boss. Und macht... Donkey stirbt einfach erstmal. Yo, yo. Ist okay. Ist okay. Also, ich meine... Der Dungeon ist um einiges schwerer als der Boss. Du kannst ja einfach die ganze Zeit stehen bleiben und... Putz. 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 Mehr musst du nicht machen. Ohne Witz. Naja, Leute. Gut. Wir könnten sogar noch... Ein Herzteil können wir noch holen. Eins können wir noch holen. Eins können wir noch holen. Und das werde ich, glaube ich, auch holen. Dim, dim, dim. Tauki, ich danke dir. Du hast mich aus den Klauen der Monster befreit. Kein Ding. Gennens Macht alleine reichte nicht aus, das Siegel der sieben Weisen zu brechen. Mit Hilfe des Zauberers Arganim wurden wir sieben Mädchen hierher entführt. Erst durch unsere ernten Kräfte konnte Ganin das Siegel brechen. Danach schloss er uns in Kristalle ein und verteilte uns auf diese Verliese der Schattenwelt. Er wollte nicht glauben, dass du, der wahre Held, so weit kommen würdest. Nun wartet Zelda auf dich, im Schildkrötenfelsen. Du musst dich selber ein. Ja, werde ich machen. Nachdem ich meinen Kaffee getrunken habe, natürlich. Und ich muss mir neuen Kaffee kochen. Während ich mir was zu essen mache. Das klingt anstrengend. Okay, eigentlich. Nein, nicht, aber das ist ja egal. Gut, ähm. Dann würde ich sagen, holen wir uns doch schnell das vorletzte Herzteil. Das letzte können wir uns erst holen, wenn wir im Palast waren. Wenn man es gibt, dann. Ja, holen wir uns das vorletzte Herzteil. Ich war nämlich, ich war auch der Meinung, da ist ein Herzteil. Aber ich war der Meinung, das haben wir uns schon geholt. Aber, da es gar nicht sein kann, dass wir uns das Herzteil schon geholt haben. Ähm. Ja. Müssen wir das wohl noch holen. Hö, macht Sinn. Ähm. Und zwar. Und zwar, und zwar, und zwar, und zwar, und zwar, und zwar. Müssen wir hier hin. Hier durch. Und Hier irgendwas machen. Bin ich hier nicht schon lang gegangen? Ich bin hier doch schon lang gegangen, oder nicht? Wow. Ähm. Ja, und hier sollte eigentlich das Herzteil sein. Oder? Ich guck mir das nochmal an. Es ist irgendwo auf dem Berg. Ich sag euch dann Bescheid. Und wir müssen den Part jetzt eh beenden. Wir sehen uns bei Das Nächste Mal wieder. Haut ŞAH. Und δεν. Aber using the If guy is the If guy is the You're gonna do it. Noh. Bis zum nächsten Mal.